Argyle ist nicht die von diversen Kritiken heraufbeschworene filmische Katastrophe, zu enden alle filmischen Katastrophen, dafür sind Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell ein zu putziges Duo, gibt es zu viele Momente, in denen die immer absurder werdenden Plottwists und die solide Action unterhalten, und achtet Regisseur Matthew Warren ausreichend genug darauf, gewisse sadistischen Einfälle, die andere edgy finden mögen, für mich aber meistens einfach nur bemüht, garstig wirken, so runterzudimmen, dass es den Charme, der gelegentlich an der Grenze zur Herzlichkeit durchscheint, nicht komplett killt, wie in anderen seiner Filme. Das größte Manko von Argyle liegt für mich in der Optik. Wäre es nur die unsagbar scheußliche Frisur von Henry Cavill, Jumai, nicht so schlimm, aber mit jeder verstreichenden Minute wird die Diskrepanz zwischen den durchaus originellen, ambitionierten Action-Kureos und Effekten, welche nicht selten den Eindruck entstehen lassen, die Spy-Kids seien noch keine zwei Jahrzehnte her, spürbarer, so unecht und green-screenig wirkt, das meiste. Durchaus schade, denn mit ein bisschen raffinierterer Trickserei wäre aus einem echt mal gar nicht so schlechten Film womöglich noch ein guter geworden.